Das ist echt ein Schock. Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann gefeuert. Wir reden hier über den teuersten Trainer der Welt. Ca. 20 Millionen Euro Ablöse hat er gekostet. Das Ziel ist gewesen, eine Ära zu prägen. Langfristig etwas aufzubauen, Stichwort Kontinuität. Tja, daraus wird nix. Der Zeitpunkt dieser Entlassung ist absurd. Es ist die heiße Phase der Saison. In der Bundesliga gibt's nen Titelkampf. Jetzt steht der Klassiker gegen den BVB an, da wäre Ruhe wichtig. In der Champions League ist man dazu mit Favorit. Gegen PSG gab's ne Masterclass. Das war taktisch, auf nem extrem hohem Niveau. Ja, die Leistungen schwanken. Trotzdem ergibt das sportlich keinen Sinn. Wir müssen mal reden. Die Entlassung hat verschiedene Ebenen. Und ja, der FC Hollywood ist zurück. Also, los geht's. Starten wir mit der Beziehung. Eigentlich hat es wie ein Perfect Match ausgesehen. Beim FC Bayern gibt's die Mir-San-Mir-Mentalität. Falls ihr nicht wisst, was das bedeutet, man ist heimatverbunden, hat ein großes Selbstvertrauen, sprich ne breite Brust, aber man arbeitet auch hart. Julian Nagelsmann kommt aus der Region, ist n Taktik-Tüftler und schon vor vielen Jahren hat er mal gesagt, es wäre ein Traum im Verein zu arbeiten. Also, die Identifikation ist definitiv da. Insgesamt eineinhalb Jahre hat die Beziehung gehalten, aber sie kühlte sich immer weiter ab. Lasst uns mal über die Gründe reden. Punkt 1 ist die Kaderplanung. Zu Beginn seiner Amtszeit 2021 sind die Bayern sehr vorsichtig gewesen. Der Kader war dünn, Jahr für Jahr gingen Leistungsträger. So, und Nagelsmann hatte eine Wunschliste. Zum einen standen da die Positionen drauf, wo er neue Spieler braucht. Zum anderen natürlich dann auch Spieler, die da passen könnten. Das bestätigt er dann später auch mal. Aber, und das ist der springende Punkt, es passierte wenig. Es gab Gerüchte, angeblich seien die Wünsche zu teuer gewesen. Die Konsequenz, der Kader war einfach nicht gut ausbalanciert. Ausfälle konnten nicht eins zu eins ersetzt werden. Ein Beispiel. Alphonso Davis fehlte Anfang 2022 wegen Herzproblemen monatelang. So veränderte sich der Spielaufbau, beziehungsweise die Statik des Spiels. Auch das Verteidigen von Kontern war unsauber, also die Rückwärtsbewegung. Es gab echt keinen Ersatz für ihn. Man probierte viel aus, stellte um, am Ende mussten sogar die Flügelstürmer als Schienenspieler in der Fünferkette ran. Das war alles nicht optimal. Taktisch fand er nicht die beste Lösung. So, im Mai 2022 hat's dann erste Berichte gegeben. Und zwar, dass es in der Chefetage brodelt. Nagelsmann sei frustriert, weil man bei Transfers so vorsichtig ist. Er habe mit einigen Spielern telefoniert, um ihnen einen Wechsel schmackhaft zu machen. Aber Hasan Salihamidzic bzw. der Vorstand seien skeptisch gewesen. Da hat's wohl schon gekracht. So ne Story ist bei weitem nix Neues. Schon bei seinem Vorgänger Hansi Flick gab's exakt das gleiche Problem. Und da eskalierte der Streit. Gut, zur Wahrheit gehört auch, in dieser Saison hat der FC Bayern auf dem Transfermarkt richtig zugeschlagen. Einige Problemstellen wurden gelöst. Matthijs de Ligt als Abwehrchef, Nusair Mazraoui als offensiver Rechtsverteidiger, Ryan Gravenberg als Pressing-Monster im zentralen Mittelfeld und Sadio Mané als Tempostürmer. Man hat gedacht, okay, jetzt passt alles. Die Breite im Kader ist deutlich stärker, die Qualität, die von der Bank kommt, ist brutal und es gibt keine Ausreden mehr. Also, in der Chefetage hat's, so wirkt es immer wieder Spannungen gegeben. Schuld ist unter anderem dann auch Punkt zwei, die Kommunikation. Beim FC Bayern ist es immer unruhig und bei den Krisen haben ihn die Bosse, so hart es klingt, im Stich gelassen. Julian Nagelsmann ist auf den Pressekonferenzen gesessen und musste immer wieder kritische Fragen beantworten, auch zu Themen, die ihm überhaupt nix angehen. Ein Beispiel, die Impfdebatte mit Josua Kimmich. Er hatte Bedenken und wollte sich nicht impfen lassen. Das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Nagelsmann verteidigte ihn und meinte, es gebe halt ne Meinungsvielfalt. Oder das Cutter-Sponsoring. Im Klub gab's viel Ärger, die Fans stellten sich gegen die Bosse. Nagelsmann versuchte zu vermitteln. Man sollte lieber hinter den Kulissen diskutieren, das wären dann konstruktivere Gespräche. Auch hier, die Bosse gaben, meiner Meinung nach, ein miserables Bild nach außen ab. Sie versteckten sich und wollten es anscheinend aussitzen. So wirkt das zumindest von außen. Nagelsmann war der Krisenmanager, beziehungsweise das Sprachrohr des Vereins. Auch hier gab's die Gerüchte, dass es intern krachte. Denn klar, für ihn war das ne total miese Situation und einfach nicht sein Job. Die Bosse hatten ihn, ja, im Stich gelassen. Ihr merkt, vor allem im ersten Jahr ist es drunter und drüber gegangen. Im Klub brodelte es. Eigentlich hatte man gedacht, okay, mittlerweile haben sie die Dinge geklärt. Aber nee, das ist anscheinend nicht der Fall. Schuld sind, denke ich, zwei Dinge. Die Vereinsphilosophie. Dem Trainer wurden nur wenige Transferwünsche erfüllt. Und die Außendarstellung. Die Bosse haben ihn viele Dinge klären lassen und so ist dann die Beziehung, schätze ich, abgekühlt. Trotzdem, die Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt der Saison ist eine riesige Überraschung. Kommen wir zur sportlichen Krise. Klar, Julian Nagelsmann hat Fehler gemacht. Bei einem Weltklub zu arbeiten, ist für ihn was ganz Neues gewesen. Da ist so etwas ganz normal. In dieser Saison hat's zweimal gekriselt. Erst in der Hinrunde. Ein Stotterstart mit vier Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg. Der Grund ist da relativ schnell erklärt, und zwar die miese Chancenverwertung. Im Sturm fehlte ein Mittelstürmer, das war ne Umstellung. Und um ne Lösung zu finden, brauchte man ne gewisse Zeit. Es gab sehr viele Offensivszenen bzw. hundertprozentige Chancen, aber der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Das war wirklich frustrierend, denn diese miesen Ergebnisse waren total unnötig. Ich hab mal die Expected Goals rausgesucht. Da fällt auf, jedes Mal hatten sie einen deutlich höheren Wert. So viele Tore wären dann statistisch erwartbar gewesen. In der Offensive war man ineffizient und defensiv war gefühlt jeder Schuss drin, also Freak-Spiele. Da konnte man ihm eigentlich keine große Schuld geben. Nagelsmann kann sich nen taktischen Plan überlegen, wie man in den Strafraum kommt. Am Ende müssen halt die Spieler schießen. Besser wurde es dann, als Erik-Maxim Choupo-Moting als Neuner ran durfte. So endete die Krise. Eigentlich gingen die Bayern mit nem relativ guten Gefühl in die WM-Pause. Tja, und dann gab's die nächste Krise. In der Rückrunde. Der Start ist wiederholprig gewesen, drei unentschieden in Folge. Der Hauptgrund war wohl, dass einige Spieler in nem mentalen Loch steckten. Die Weltmeisterschaft lief für viele eher so semi-gut. Deutschland flog in der Vorrunde raus. Frankreich verlor das Finale. Viele Leistungsträger waren in so nem kleinen Tief. Für Nagelsmann eine neue Herausforderung. Er musste sie mental aufbauen. Und das packte er anscheinend nicht. Spielerisch ging die Kurve nach unten. Die Offensive hatte keine Power. Man erarbeitete sich relativ wenige Chancen. Es gab viele leichte Fehler. Und es wirkte fahrig. So schmolz in der Bundesliga. Der Vorsprung dann auf die Konkurrenz. Ja, das ist echt ein Phänomen. Der Klub zeigt zwei Gesichter. In Topspielen wie in der Champions League liefern sie ab. Taktisch ist es auf nem enorm hohen Level. Egal, ob gegen Inter, Barca oder PSG. Man hat kein einziges Gegentor kassiert. Acht Spiele, acht Siege. Jeder ist da gut vorbereitet und weiß, was auf ihn zukommt. In kleinen Spielen wie in der Bundesliga fehlt dann die Intensität. Jeder spielt da gefühlt mit angezogener Handbremse. Zum Vergleich. In den letzten fünf Spielen hat man neun Gegentore kassiert. Es sind unkonstante Leistungen. Die Bayern-Bosse konnten das jetzt gut als Vorwand nehmen. Denn das als schreckliche Krise zu verkaufen, sorry, das ist Quatsch. Der FC Bayern ist in allen Wettbewerben dabei. Man kann drei Titel holen und wenn's drauf ankommt, liefern sie ab. So, bei einer Trainerentlassung gibt's natürlich immer Kritik, die berechtigt ist. Auch hier, und ich denke, vor allem zwei Dinge muss man Nagelsmann vorwerfen. Zum einen die Ansprache. Er ist halt kein Menschenfänger, da ist Luft nach oben. Er hatte im Sommer selbst angemerkt, Zitat, Ich habe vermutlich unterschätzt, dass das Vier-Augen-Gespräch im Büro für manche Spieler bedeutender ist, als ich es mir als Trainer vorgestellt habe. Ja, taktisch redet Nagelsmann natürlich viel, aber beim Menschlichen gibt's wohl Abstriche. In dieser Saison hat's mehrere Probleme gegeben. Bei der Kritik pickt er sich nämlich immer wieder öffentlich einzelne Spieler heraus. Zum Beispiel Jamal Mousiala. Ihm wurde fehlende Klarheit beim Abschluss vorgeworfen. Bei so nem Rüffel geht's halt ums Fingerspitzengefühl. Sagt das dem Jungen im Büro, gar kein Problem, aber macht das doch nicht in den Medien. Beim FC Bayern spielen Stars. Der Konkurrenzkampf ist hart, und mal ganz allgemein gesagt, es gibt große Egos. Da muss man die richtigen Worte finden, und für Nagelsmann ist das komplett neu gewesen. Aber hey, das war von Beginn an klar. Er ist ein anderer Trainertyp. Wenn die Bosse unbedingt eine Vaterfigur haben wollen, hätten sie jemand anderen holen müssen. Es gab wohl Spannungen in der Kabine. Wobei, dass er sie komplett verloren hat, glaub ich ehrlicherweise nicht. Zum anderen ist noch die Ausbildung ein Kritikpunkt. Beim FC Bayern ist Erfolg alternativlos. Rückschläge sind nicht erlaubt, deshalb wird vor allem auf die Stars gesetzt. Im Schnitt 26,2 Jahre sind die eingesetzten Spieler alt. Damit ist man im oberen Mittelfeld der Liga. Die Aufgabe, Shootingstars aufzubauen, hat nur zum Teil geklappt. Mathis Tell hat die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Der Trainer meinte, dass der Junge zehn Buden machen wird. Jetzt ist er bei knapp der Hälfte, was auch daran liegt, dass er kaum Spielzeit bekommt. Ryan Gravenberg im zentralen Mittelfeld hat sich sogar beschwert, dass er keine Chance kriegt. In der Liga stand er kein einziges Mal in der Startelf. Hier muss man noch einordnen. In München brauchen junge Spieler in der Regel ein Jahr, um richtig anzukommen. Also Geduld ist nötig. Andere Rohdiamanten hat man abgegeben. Hier seht ihr die Liste. Das waren Wunschspieler von Braco bzw. Jungs, auf die er große Stücke hielt. Aber sie performten nicht und hatten keine richtige Perspektive. Zur Wahrheit gehört dann aber auch, es haben sich einige Spieler wirklich positiv entwickelt. Josip Stanisic ist ne echte Alternative als Rechtsverteidiger. Dayo Opamecano hat die haarsträubenden Fehler abgestellt. Jamal Musiala wird mit seiner Genialität immer wichtiger. Es ist halt nicht alles schwarz und weiß. So schlimm ist das alles gar nicht. Also, bei einer Trainerentlassung findet man immer irgendwelche Gründe. Was man sich beim FC Bayern halt fragen muss ist, ist dieser Schritt wirklich nötig? Ich denke, nee, ist er nicht. Die Spieler müssen den Trainer nicht lieben. Er muss sie sportlich voranbringen und das ist hier definitiv der Fall gewesen. Deshalb ist diese Entlassung total wild. Statt auf die eigenen Worte zu hören, hey, wir wollen etwas langfristig aufbauen, wir wollen eine Ära prägen, lässt man auch keine Taten folgen. Hier wird total überstürzt gehandelt und das wirft kein gutes Licht auf den Verein. Der FC Bayern gibt ein katastrophales Bild nach außen ab. Ja, sportlich hat's leicht gekriselt, Julian Nagelsmann hat Fehler gemacht, das macht jeder, ihn da rauszuwerfen. Ja, das ist schon sehr hart. Die Bosse haben ihm jetzt im Winter eigentlich den Rücken gestärkt. Okay, wir wissen, das war nur heiße Luft. Ich hab mal ein paar Aussagen rausgesucht. Start mal mit Hasan Salihamidzic am 16. Februar. Das war nach dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen PSG. Zitat, es nervt mich, es ärgert mich, alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt. Aha, da hieß es noch, der Trainer und das Team harmonieren gut, mehr Rückendeckung geht eigentlich nicht. Oliver Kahn hat dann am 22. Februar nachgelegt, das war direkt nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Zitat, beim FC Bayern hat jeder Druck. Julian ist ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt und der auch in der Lage ist, sie zu meistern. Das klingt sehr positiv, man ist also von ihm überzeugt. Und mein persönliches Highlight, Herbert Heiner, der Präsident, Mitte März, das war vor der Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Zitat, man erkennt einen deutlichen Fortschritt in den eineinhalb Jahren. Julian macht es sehr gut, die Trainerdiskussion zwischendurch kam von außen, die haben nicht wir vom Zaun gebrochen. Alles klar. Ja, fünf Tage später fliegt Nagelsmann raus. Ehrlich, die Bosse haben sich lächerlich gemacht. Wie soll man ihnen noch mal irgendwas glauben? Das ist krass. Es wird nonstop behauptet, das ist ein Langzeitprojekt. Nee, ist es nicht. Diese Entlassung ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist extrem unprofessionell. Bevor wir zu seinem Nachfolger kommen, was denkt ihr? Ist diese Entlassung okay und ihr könnt die Bosse verstehen? Oder ist sie überhastet und ihr versteht die Welt nicht mehr? So wie ich beispielsweise. Schreibt mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Die Art und Weise, wie die Sache gelaufen ist, ist halt heftig. Vorne rum so tun, als ob alles okay ist und hinten rum mit dem neuen Trainer verhandeln. Das ist eine brutale Arroganz. Kommen wir zum Neuen. Thomas Tuchel. Ja, er ist einer der besten Trainer der Welt. Sie haben ihn schon lange auf dem Radar, aber das Timing hat halt nie so richtig gepasst. Für mich ist er der, ja, identische Trainertyp wie Nagelsmann. Er spielt sehr ähnlich in Fußball. Und das größte Problem ist sein Charakter. Er gilt als unbequem, eckt gerne an und es gibt auch Machtkämpfe. Bei PSG und dem FC Chelsea hat's mit den Bossen gekracht. Jetzt kommt er in ein hartes Umfeld beim FC Bayern. Dort gibt's ne ganz klare Hierarchie. Wie soll das gut gehen? Also, da kann's wieder krachen. Ich denke, für die Bayern-Bosse ist das jetzt die allerletzte Chance. Razzo hat einen unfassbaren Verschleiß. Im Schnitt bleibt ein Trainer etwas weniger als eineinhalb Jahre. Für nen Top-Klub ist das schon krass. Jetzt hat er ohne große Not den teuersten Trainer der Welt rausgeworfen. Wenn dieser Move schiefgeht, muss man ihn dringend hinterfragen. Meine Prognose ist, ja, Thomas Tuchel wird beim FC Bayern erfolgreich sein. Aber er wird es sich mit den Bossen verscherzen. Oh Mann, das ist wirklich ein absolutes Chaos, das es hier gerade in München gibt. Bald rede ich noch ausführlich über Thomas Tuchel und die Hierarchie beim FC Bayern. In der neuen Folge Bolzplatz passiert es, die kommt dann nächsten Donnerstag um 17 Uhr online. Wie immer auf dem Sportstudio Fußball-Kanal. Ich poste es dann natürlich noch hier im Community-Tab, damit es keiner verpasst. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.